Servus Leute, hier ist der Lottomaten und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte eigentlich nur ein fixes Infovideo machen, das ist jetzt als Nachtrag von mir aus noch zu einem Sonntagsvideo, weil das nicht kam. Ja, das ist hier ein Gameplay von einem Lauf, das nehme ich gerade sogar in dem Moment im Kinomodus noch auf, das tue ich jetzt einfach kommentieren. Und zwar ist es zurzeit für mich, wie es auch vielleicht schon bemerkt hat, sehr schwer möglich, meinen Upload zu halten, den ich mal gesagt hätte, gesagt hatte. Und zwar hatte ich ja gesagt, Sonntag und Mittwoch ein Video. Es geht nicht, erstens, weil ich zurzeit in meiner neuen Schule bin und da habe ich meistens bis nach um drei Schule und dann habe ich im 14-Täglichen Weg seit noch Praktikum und da habe ich auch meistens erst nach um fünf aus und danach noch ein Video zu kommentieren. Ich meine, ich habe richtig Lust drauf, aber ich bin irgendwie K.O. nach einem Tag, nach acht Stunden arbeiten, sage ich jetzt mal. Und deshalb wird es sehr, sehr schwer sein, den Plan einzuhalten. Also seid bitte nicht enttäuscht oder so von mir, wenn mal eine Woche oder so kein Video kommt. Ja, also ich versuche es mal noch zu verbessern. Und demnächst mache ich dann noch beispielsweise Schlag den Pando mit. Wenn ich da, also ich bin noch am besten dreien und wenn ich da gewinne, mache ich halt gegen Pink Pando. Und wenn ich da noch gewinne, kriege ich halt als Preis, ja, einen Server von Nitrado für Games, ein Jahr einen Voice-Server. Ich habe zwar jetzt schon einen Teamspeak-Server von ja, aber und zwar könnte ich ja irgendjemand anderes zur Verfügung stellen, wenn ich möchte. Ähm, und dann gibt es ja noch das Studio-Mikrofon inklusive Mischpulten, Mischpulten, Pop-Shots dazu. Und ja, danach werden meine, würden meine Videos, falls ich denke, ich bin, würde um einiges qualitativ hochwertiger sein. Ähm, ja, gut. Ich kann auch vor allem keine Videos machen, weil ich zurzeit krank bin. Meine Stimme hört ja vielleicht, dass sie halb weg ist. Ähm, und dass ich vielleicht noch ein bisschen erkältet bin. Ja gut, dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Video wahrscheinlich am Mittwoch und haut's rein Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Lollomat.